Ja, und in dem Tunnel wurden Menschen getötet. Wer kommt da? Auf den Knirchen. Jetzt ist er geknitt. Ja. Oh, ne Flederhose! Junge! Ey, ihr könnt euch wirklich nicht vorstellen, wie steil das ist. Ich sitze. Junge! Das ist wirklich mega heftig. Gehen wir hoch? Natürlich. Gerade eben. Erstmal 40 Meter bergab, jetzt wieder bergauf.